um schnell antwort jetzt oh mein gott oh mein gott oh mein gott bist du sicher ich weiß es nicht bin ganz unsicher ich mach für die youtuber hier erstmal einen cut wir sind jetzt wieder drinnen im warmen wo 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 der weltraum nicht ganz so tödlich ist weil er draußen ist weil er nicht rein darf weil weil weltraum ist ein arschloch mir ist warm ich machen hat trefft gut gut du musst antworten na los haut rein ihr verrückten ja okay dann mache ich jetzt an dieser stelle einen cut für die youtuber vielen dank fürs einschalten aber ich habe übelste riesen fanpost gekriegt die machen wir jetzt auf die ist vom treff gut der freut sich total hoffentlich hoffentlich freut er sich wer wenn nicht ich speicher jetzt hier noch mal schnell weil das ist wichtig ohne speichern geht die welt zugrunde neuen spielstand bitte erstellen dankeschön und dann sehen wir uns beim nächsten mal ich bin der baume auf wiederschauen und reingehauen cheerio raus